Was ist für euch das Wichtige beim Baggern oder bei der Annahme? Beine oder Arme? Oder was ist das Wichtigere? Ich denke, es ist relativ einfach zu erklären. Hände und Arme können viel schneller auf unvorhergesehene Sachen reagieren. Wenn ich jetzt jemandem sagen würde, werf mal was da vorne in den Mülleimer rein, würde der jetzt nicht so versuchen, da rein zu werfen. Man würde versuchen, aus dem Arm da hin zu werfen. Arme Hände sind viel genauer. Je höher das Niveau nachher wird, wird natürlich die Zeit auch extrem kurz, um sich überhaupt sehr viel bewegen zu können. Aber Arme sind das deutlich entscheidender. Ich weiß das früher, vielleicht sagen jetzt einige, wieso jetzt Winkel, wieso soll er sich dahin ausrichten? Früher wurde noch viel gelehrt, immer hinterm Ball. Und immer zum Ziel ausrichten. Es wäre praktisch, immer der Ball kommt, da ist mein Zuspieler, ich muss immer hinterm Ball und gerade zum Zuspieler spielen. Die Zeit, wo das gelehrt wurde, immer hinterm Ball bewegen in der Annahme, das ist wirklich vorbei. Also die Zeit ist nicht da. Spieler, je früher die lernen, dass es völlig okay ist, seitlich zu spielen, desto besser ist das. Und das ist das, was wir später brauchen. Wir müssen seitlich spielen. Das heißt wirklich, diese Winkelarbeit ist enorm wichtig. Deswegen auch dieses Verständnis zu schaffen, das ist das Einzige, was der Ball kennt. Wenn ich mein Spielbrett richtig einstelle, Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Nicht falsch verstehen, wenn jetzt jemand hier eine Mannschaft hat und ich habe meine 45-jährigen Männer, die nur noch Spaß haben wollen, ein bisschen beschäftigt werden wollen. Und dann stimme ich zu, für die ist das jetzt erfolgreicher, so zu spielen. Muss ich jetzt mit denen noch anfangen, seitliches Baggern zu machen? Nein. Ganz klare Antwort. Hast du junge Spieler? Und dann zählt für mich das Argument nicht, aber in dem Spielniveau können wir noch dahinter laufen und irgendwann können wir es halt nicht mehr. Also da geht es um Spieler auszubilden. Und da gehört seitliches Baggern ganz, ganz klar dazu.